Herzlich Willkommen beim Arbeitsmarktservice Ames Wind 10, Leitner, grüß Gott, willkommen Ihnen weiterhelfen Ja grüß Gott, meine Name ist Dragan Bakowitsch, wo ist meine GFTA erst? Also ich bin erstens einmal nicht der Herst, aber geben Sie mir bitte Ihre Versicherungsnummer und Ihr Geburtsdatum Was geht dich an mein Versicherungsdatum? Siebte ist schon vorbei Schaut, ich gebe Ihnen eine Chance, entweder Sie reden normal oder das Gespräch ist sofort beendet Also, bitte Ihre Versicherungsnummer und Ihr Geburtsdatum Erst du Missgeburt, ich war eh letztens im Termin, ich hab die gegeben erst, was willst du nochmal von mir? Schauen Sie mal, erstens, ohne Versicherungsnummer kein Informationer Zweitens, beleidigen können Sie daheim Ihre Frau oder Ihre Kinder oder Ihre Urstrumpftante, aber sicher nicht mich Rapuschikunz, ich will mein Geld, kommst du Räubern, mach mal eins gegen Geizes, ich mach dich heikig, logig, alles Zweitens! 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 Zweitens!